Aber ich möchte gerne mal, dass mein Mahler sich lädt. Was? What the fuck? Nein! Aua! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stefans LP und ihr seht es, Elden Ring. Ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne es überhaupt nicht und wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren. Also, machen wir doch mal ein neues Spiel. Ähm, ja, ja, alles okay. Ähm, Astrologe vielleicht? Ähm, Gefangener. Nee, Astrologe. Ähm, Typ. Ah, Name. Ja, wie heißen wir denn? Hehe. Stefans LP, natürlich. Ähm, mach mal so. Andenken. Äh, 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 na, weiß mehr. Keine Ahnung, was macht das denn? Äh. Äh, machen wir das. Hä? Äh. Ein bisschen bleich. Arthrose. Arthrose. Wat? Ach, Schilfhändler. Händler. Nachtvolk. Numenvolk. Ja, nehmen wir mal. Aristokrat, keine Ahnung. Äh, Alter. Äh, ne Mühlen. Ach, das reicht mir schon. Schauen wir mal. Ich kenne es gar nicht. 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 Klettern ist nicht, okay. Gibt's ein Inventar? Irgendwie nicht. Erstens, ihr seid bereit. Hä? Was? 1003 Nachrichten. Geht's auch hier irgendwie rum? Gras voraus. Ich liebe versteckte Nachrichten. Lügner voraus. Ja. Das ist Hauptkirchen. Einfach mal hoch. Aha. G ist Karte. Beziehung für das Menü. Okay. Okay. F ist zurück. Okay. Aha. Aber ich möchte gerne mal, dass mein Mana sich lädt. Was? What the fuck? Nein. Aua. Aua. Okay. Aua. Aua. Oh. Was jetzt? Pferdekuss oder was? Pferd mit Torrent, okaaa Was auch immer die Goldene Order ist So und jetzt? Jetzt lebe ich wieder Was ist eine Flasche mit Purpurtränen? Himmels Tränen? Okay Ich irgendwie... Ja, okay Was? Sprengt in das Luftbrauch herunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und Aktion So wie andere Hinweise Okay, also die soll hier unten sein, oder was? Aha Autsch Vorsicht vor Ruin Okay, also mit der Steuer muss ich noch ein bisschen üben Es werde Nahkampf Orte der Gnade Was? Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP LP sind Lebenspunkte FP sind was? Forschungspunkte? Was sind denn dort, wo das Licht konvergiert? Okay Okay Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt Das sind Heiligflaschen Ordnung suchen Gnade berühren Ah Okay Zeit für dies zu Brei schlagen Zeit für dies Okay Okay Nein, das dürfte keiner gewesen sein Hört sich nicht gesund an An Ort Na ja, könnt ihr anrufen und Zauber rein erlernen Okay Okay, okay, okay Ah, okay Okay Ich kann also auch wechseln Wechseln Was gab's? Irgendwas, die Dinger zu kap... Zerstören Abführen Ähm W, A, S, D, Z und... Space Ist die aus- Oh, ich rolle Okay Also... Ah, okay, okay, okay Verstehe Okay Ähm Okay. Ups. Macht ein F auf springen? Jetzt geht ihm wahr. Meine Güte. Bogenschütze voraus. Was? Ach, da oben. Ah, ja. Okay. Hört, Vorsicht vor Scharfschütze. So, wie war das jetzt? Ich hab da mir nie mal viel Mana. Reicht das nicht so weit, oder was? Einer weniger. Okay. Was ist das? Äh, ja. Ich möchte aber gerne mal bitte... Darf ich nicht, wa? Ich darf mich nicht heilen. Oh. 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 Okay. Aha. Äh, okay. Man muss ja erstmal richtig reinbringen, wenn man kaum hier in das Spiel, ne? Äh, ich würd nicht, ich würd aber gerne mal ein bisschen, ach, guck mal, ne Nachricht. Immer noch kein Objekt. Okay. Ja, ich muss in Nahkampf übergehen. Waffen und Talente, also besondere Fähigkeiten. Control. Au. Der sah jetzt irgendwie aus wie ein Clown. Okay. X ist doch noch, okay. Und nu? Hehehehehe. Whatever. ever Sprungangriffe und dann kritischen Treffer Shift und Au 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 Hat ja wunderbar geklappt Ich würde behaupten überhaupt nicht Nein Nebel durchqueren Soll ich habe kaum Leben Aua Bin ich dem wenigstens jetzt wieder vollständig geheilt Ja 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 Habe ich verstanden Ah das ist gut Schieß doch Ich muss schneller werden Definitiv schneller Ja wenn ich wüsste wie ich diese Tränen benutzen kann Nein Schieß doch nicht in jeden Fall Sprecher Oh Aua Okay Das ist gemein Definitiv Gemein Ja aber wisst ihr was Ob wir das beim nächsten Mal schaffen werdet ihr sehen wenn ihr die nächste Folge seht Bei Elden Ring und Stephans LP Denn die Folge ist zu Ende Mir hat es Spaß gemacht Ist eine neue Erfahrung Und wenn es euch Spaß gemacht hat Bitte einen Daumen nach oben Dankeschön Bye Bye Bye